So, dann wollen wir das mal umschreiben So, Bro410, wo haben wir es denn, da haben wir es, Spielen, muss er natürlich erst noch ein paar Pakete installieren, logisch, warum kann man, nachdem man das Team was fertig installiert hat, nicht einfach, oh, geht schon los, ging ja schneller als erwartet So, Nummer 1, ich brauche Fullscreen weg, so, dann schieben wir das da rüber und setzen die Auflösung runter auf 1280 x 27 Okay, dann schalten wir doch die Lautstärke runter, damit es euch nicht alle die Ohren wegbläst Ah, geht zurück Häh? So, Audio Okay, und jetzt machen wir mal ein Dingsi dafür. Ist der gut? Nein, oder? Möchte ich Musik dabei haben? Ich glaube nicht. So, duplizieren. Rofors. Neue Spielaufnahme hinzufügen. Wow, Joyce hostet mich. Danke für den Hosten, Joyce, mit null Viewern. Okay. Game Rofors. Rofors, Fenstertitel. Okay. Okay. So, du kommst nach unten und das machen wir noch. Nein. So, kleiner. Okay. Ich glaube, wir sind stark klar. Das können wir schließen. Wie geht denn die Steuerung überhaupt, hat er mal? Äh, da, 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 da. Gibt keine Steuerung. Okay. New Campaign. Ja. Hard natürlich. Man. Offline. Twitches. Was? Aha. Äh. Twitches. Was? Aha. Äh. 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 Wie funktioniert das? 3, 2, 1, let's go! Das ist Brofors. Wir sind hier in den USA und fliegen wir mal nach, warte mal, wo soll man hinfliegen? Nach Vietnam oder so. Schauen wir mal. Okay. Äh. Äh. Ja. Wie lande ich da jetzt? Verdammt. Ich brauche eine Tastenerklärung. Wie lande ich da? Äh. Äh. Okay. Ich brauche eindeutige Tastenerklärung. Äh. Was kostet das Spiel? Das gab es neulich im Angebot für ein paar Euro. Jetzt kostet schon wieder mehr. Ich weiß gar nichts. Ich muss doch Steam suchen. Da muss doch irgendeine Taste für klicken. Nein. Aber die Optik ist echt nice. Die war früher zweidimensional. Das ist jetzt ein 3D Globus. Das ist ja voll nett. Okay. Ich brauche leider eine Tasteneinstellung. Äh. Okay. Äh. Configure Controls. Da ist ein Setup-Keyboard. Und up, down, left, right, jump. Up, fire ist set. Aha. Warte mal. Up, down, left, left, right, jump, fire, äh, oder machen wir jump da. Okay. Fire of Space. Special of... Cool. High five of stars. Okay. Das kann man also auch Multiplayer spielen. Das wäre ganz nice eigentlich. Oh, jetzt ist es da natürlich. Oh, jetzt ist es da natürlich. Ah. Tut sich was? Ah, ja. windows Ding. Oh, jetzt ist das so schön. Auf. Die Widersch des Drogers. Allons. Die Widersch des Drogers. Sehr viel. Wirklich. 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 WeLET. Wirklich. Oh, Raketenwerfer, nice! Moment mal, da kann ich doch sicher durchballen, oder? Ja, warte mal. Yay! Au, bin tot! Ok, wir sind aber bekackt. Jetzt muss ich echt aufsteigen, um wieder einzusteigen. Käse. Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. 3, 2, 1, let's go! Ja, das ist lustig. Ja, das ist lustig. Oh, da unten ist einer, den habe ich nicht gesehen. Das ist lustig. Was hat der? Flammenwerfer, oh mein Gott. Oh shit, da komm ich gar nicht, oh doch, komm ich raus, cool. Extra Leben. Oh shit, wie komm ich an die ran? Ey, der hat sich selbst umgebracht, das ist ja praktisch. Oh, shotgun, yay. Ey, der lebt ja noch. Es geht nicht, dass da einer überlebt. Das ist wieder der Raketenwerfer, Horschi. Volltreffer. Oh shit, da unten ist einer. Muss ich mal holen. Oh, Rambo. Was hat der? Das ist die ganz normale MG, okay. Oh shit. Oh, die Hard, Bruce Willis. Was hat der? Ja, in peace. Ups, mich umgebracht. Wow, das geht ab. Haha. 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 Das war's für heute. Oh, das ist eben in Dynamite. Oh, kuck. Oh, kuck. Oh, kuck. Oh, kuck. Oh, kuck. Oh, kuck. Oh, der schießt nicht weit genug. Oh, shit! Ah, shit! Nein! Nein, den hole ich mir jetzt nicht. Ich hasse den mit dem Dynamite. Der ist scheiße! Brembo. Ja, der ist wieder gut. Flamethrower. Oh, yeah! Oh, shit! Ich habe mich selbst gesprengt, ok? Oh, okay. Oh, was ich gingen? Oh, was ich so zerstört? Oh, was ich to den Nose? Hm? Hm? Hmmm... Cheat! Raid! Oh, das ist toll! Oh mein Gott! Die explodieren, wenn ich's mit nem Schwert niedersäbele! Ach, geh! In den Rücken geschossen! Nicht schon wieder an den Dynamit-Typen! Ich hasse den Dynamit-Typen! Oh, shit! Den hab ich nicht gesehen! Wo kam denn der her? Ah, Mist! Ok, Nummer 1 Muss ich wirklich zurück zum Menü? Shit! Die Steuerung ist scheiße, so kann ich nicht spielen! Muss mit dem Feldhastner wieder spielen! So... Wo war das? Configure Controls, da, Keyboard 1 Rauf Runter Links Rechts Jump of Space Feuern of W Special of Q High Five Melee Hier Feuern, Special Ok 3 2 1 Let's go! 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 6 5 6 6 6 7 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 10 10 10 10 11 10 1 6 9 9 10 10 11 11 10 11 11 12 12 11 13 14 12 14 15 Geschieht, ihr Flammenwerfer Nicht schon wieder, der Typ Gekäpft auch noch Hat der das Gedächtnis-Splitz-Dings oder was hat der jetzt? Wow Wow Holy moly Okay Hey Dass man da mit einem Treffer gleich tot ist, ist ein Wahnsinn, hey Oh, da gibt es das letzte Mal schöner hoch Oh Holy moly War da noch hoch irgendwie? Wenn ja, ist da irgendwas? Naja, oder? Ich hätte nur die Sprengfässer runterschmeißen können, es wäre einfacher gewesen Okay 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 What? Ich hätte Oder Ich hätte Work ich kaufe Ich hätte Gаться ein Ich hätte Das war's für heute. Das sind ganz schön viele. Bitte, schaffst du nicht die da rein zu werfen? Snake Blisken. Du, hi I'm back mit dem richtigen Account. War-ten-i-see in deinem was? Okay. Sag ich mal. Ich muss mal den Chat rüberziehen. Ich seh das sonst nicht. Warte mal. Äh... Den hier. Ääh... Ich weiß nicht, wie der fliegt. Org-i-see. Das habe ich befürchtet. Aber war Tänise in meinem, in deinem, ja, spät früher mal, ja. Warum? Zirpende Grille wird das sein, oder die Waffe? Hey, I'm abgeschlossen. Dann, ich sage, hm. Das war zu hoch. Wo kommt die her? Waren ja schon alle tot. Ah, das ist ein Spawner. Ah, okay. Und da steht wieder einer. Den kenne ich, wie ist mein Halbkumpel? Was ist ein Halbkumpel? Oh, das ist ein Spawner. Oh, das ist ein Halbkumpel. Oh, shit. Oh, shit. Nein! Nein! Ich habe mich selbst gesprengt. Ich wollte das Fass rumzuschmeißen. Oh, der hat ein Sniper-Rifle. Nice. Dread schon wieder. Das ist ein Halbkumpel. Ah, die muss man unschärfen, sonst kommen da immer mehr raus Schwier, der Scheiß-Dynamid-Typi Ja, der ist ja ganz praktisch, aber meistens ist er extrem lästig Promenader! Minigun, was auch sonst Ah, da hätten wir auch schon das Fass runterschmeißen können Ah, die Minigun ist nice Er hat aber ganz schnell einen Rückstoß Oh shit Shit Ah, jetzt ist der Spawner wenigstens erledigt Oh, da ist ja noch mehr Uh, das ist ne AOE-Waffe, das hab ich gar nicht gewusst Ich kann den auch da fressen Nice Nice Tante Sprengfässer Ich mach ja noch nicht richtig Oh shit, Flameschrubber. Den komm ich da nicht bis rüber. Wieso verdammt nochmal explodiert das so schnell? Ich wollte es nur anstecken, damit es langsam mal anfängt zu brennen. Es ist ein Luftangreif. Oh shit! Wieder Blade. Oder Braid eigentlich. Wow kacke. Ich habe Angst. Genau deswegen. Wenn man nicht schießen kann, ist es ätzend. Die Lachnimmel ist so fies. 3, 2, 1, go, go, go. Aber die Kiste ist fast nicht gegen die 10. Oder so. Nein! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Noooo! Three, two, one! Go! No! No! Oh... Oh! Oh... ... ... ... ... ... Okay, ich werfe jetzt in der Situation natürlich praktisch. Was ist das Schuss? Was? Boah, Köpfe abgeschossen! Boah, Köpfe abgeschossen! Okay, hängt das an die Decke, verdammt! Sie hat über die Füße gehängt! Das ist doch schon lustig! Das ist wohl ein Minenfeld! Und der Heckschossen hab ich mir nicht gesehen! Was war das denn? Rest in Peace, Bro! Rest in Peace, Bro! Was? Go, go, go! Go, go, go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Robocop! 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 Wohoho! Hm, kann wir das auch? Hohohoho Robocop ist nett Robocop NEIN! Wunder... Hmm... Das hat sich auf jeden Fall auszahlt... SHIT! Ist das schon wieder Spawner? No, no, no... Kommen wir da nicht mehr... SHIT! Oh shit! Oh shit! Das ist so lieb, wenn man die ins Gesicht schmeißt... Oh, Flammenwerfer! Oh wow... Oh wow... Oh, oh wow... Was ist ein Schrieger? Oh wow... 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 Der kann Schüsse zurückreflektieren? Eglisch? Ist ja kein Jedi oder wie? Eglisch? Bringt das irgendwas mit mir entdecken, Kids? Robocop! 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 4. Dogen. ChC- 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 ChC ChC Das hatte nicht den erwünschten Effekt. Das war's für mich. Das war's für mich. Was? Wir hatten mit dem Dice erschossen. Das war's für mich. 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 Ich bin hingefallen. Das war's für mich. 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 Okay. 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 Wie soll ich denn? Wie soll ich denn? Das war's für mich. 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 Oh, nicht schon wieder Dread. Oh, auf einem Minenfeld landen ist nicht so lustig. Für mich schon, für die nicht. Oh shit! Da sind ja kaum Frettchen vielleicht, halleluja. Ah, ich hab's bis zum Checkpoint geschafft! Wow! Hm. Das hab ich befürchtet. Oh kacke. Ich hab leider nicht so viele Reichweite. Ich müsste einen von diesen Selbstmordarten zittern. Shit. Das war das letzte Leben. Schade. 3, 2, 1, GO, GO! Okay. 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 Oh, okay. Tmit. What do you do? Die, die, die sind, die vor. Oh, okay. Can we do? What's up? Oh, okay. Hm. Cohoho! Mission failed. Cohoho! Das war's für heute. Ich bin ganz allein momentan. Also bis auf dich jetzt. Ich bin ganz allein. Ich bin ganz allein. Ich bin ganz allein. Was hat denn der? Shit. Ich werde es nie rausfinden. Oh shit! Ich habe ihn nicht gesehen. Robocop! Ich bin ganz allein. Nicht schon wieder Dread. Ich hasse Dread. Das war scheiß kurze Reichweite. Ich bin ganz allein. 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 Hm... WTF ist das denn? Okay, dann zum Glück nicht viel Reichweite Die Hunde schon Hmm Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Wenn du ein eigenes Spiel hättest, wie würdest du's machen? Wie soll's aussehen? Äh, ich will gar kein eigenes Spiel machen. Warum sollte man das wollen? Ich hasse Charaktere mit so kurzer Reichwerte. Das ist Käse. Die Schussfrequenz von dem ist nice, aber alles andere ist shit. Das war kurz. Oh, Minigun auch noch. Wie du meinst, äh, Chef sein und alle anderen die Arbeit machen? Das tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber so funktioniert Arbeit nicht. Du musst schon selbst was tragen. Oh, der schon wieder. Was ist denn das? Er hat ne Kettensäge. Profoss, Profoss. Shit. Offenbar nicht, der Level ist so schwierig. Oh shit. Oh shit. Profoss, Profoss. Minecraft hat Notchia praktisch alleine programmiert, oder? Also die erste Version zumindest. Kommt mal wieder so ein scheiß Bomber in die... ... ... ... ... Okay, das war schon mal gut Spawner ist weg Snack wieder Snack ist cool für die Stelle, weil dann brauche ich eh viel Weichweite Hm Wie komme ich an den ran? Shit! Springt mich der wieder an! Hm Ich bin einfach kein Spieldesigner, oh shit Na jetzt gibt's doch mal einen Flammenwerfer! Ernsthaft? Das sind ziemlich die geschissenste Stelle dafür Okay, doch nicht so beschissen W-W-W-W-W-W Wuhh! 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 Oh shit. Fuck minigun! Oh, das ist nicht wie man eine Robeslide benutzt. Jetzt benutzen wir die. Wollen wir da drauf springen? Okay. Ah, fuck! Ich frage mich wieviel Reichweite das Ding hat. Wahrscheinlich nicht genug. Und zu sagen, ich erfinde jetzt ein Spiel wie Minecraft ist sowieso der falsche Anwendung, weil das brauchst du nicht erfinden, das gibt's schon. Also man müsste sich, wenn schon, was eigenes einfallen lassen. Ich bin nicht so jemand der jetzt irgendwas kopieren würde. Wie komm ich denn da jetzt am geschicktesten ran? Schmeiß mal Granate hin, ich glaube mein Schatz nicht. Ich verwende eh schon wieder zu viel zu wenig Special Moves. Was zur Hölle hab ich denn da jetzt getroffen vor dem? Woah!!! Dann die überliebt. Checkpoint. Oh shit. Oh shit. Holy moly. Da komm ich definitiv nicht von oben. Nein. Ich höre dann bald auf, es ist schon fast Mitternacht. Das ist alles, was ich heute noch spiele. Mr. Enderbro! Oh shit. 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 der hat das überlebt du schläfst hier, okay hi metro der typ nervt, wie werde ich denn da los oh kacke nooo oh 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 echt ich spring aus dem lastwagen und bin schon tot bombenkrieg perfekt zum schlafen sag ich auch immer hm das hab ich bisher noch gar nicht bemerkt dass du diese rohrleitungen siehst in die in die kann man da nicht der kann da nicht shit das ist wieder der einzige der das nicht kann ach käse ich hätte nämlich so gern die rohrleitung da gesprengt die rohrleitung hat sich selbst gesprengt die rohrleitung hat sich selbst gesprengt grambow wie heißt er geschieht es ist lustig ist auch lustig geschessen wieder charge trade ich hasse charge trades also Aber da probiere ich es jetzt mal. Das bringt auch nicht wirklich was. Ich glaube, da spare ich mir jetzt kurz was. Oh, Neo! Mr. Anderson. Ich frage mich, was die roten Pillen machen. Bin noch nie benutzt, oder? Oh, Kacke! Oh, Mann! Kann man sich auch in die andere Richtung handeln. Oli, Maoli, da ist ein. Schönes Loch. Oh, das war's. Ah! Was? Das hat mich gekillt? Ernsthaft? Äh, ne? Wie mach ich das? Aha! Geschehnt! Robocop! Das hat nicht lang gedauert. Ist irgendwas zum runterschmeißen? Das müssen wir doch runterschmeißen können, oder nicht? Oh kacke. Der lebt immer noch! Was zu f***? F***. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh, shit! Alright, two turn, okay. 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 Snake! Snake! Plissken! Oh, shit! Uh... Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit. Oh, shit! Ah,否 Schießt mal den Rucken! Hmmmm Ah, Roka Texas Ranger, Roka Oh kacke! Hat der echt nochmal schießen müssen? Hmmmm Mission failed! Three, two, one, go go go! Nicht in Indy, komm! Das ist auch nicht besser! Shit! Er hat gar nicht so viel Reichweite drin! Oh kacke! Ich habe gegen die jetzt gekillt! Das kann ich mitbekommen! Okay! Ich würde sagen, da mache ich jetzt Schluss! Gut! Dann hätten wir das einmal wieder! Jetzt ist es schon nach Mitternacht, passt! Dann mache ich schon nochmal die Musik wieder! Exit Game! Gefällt mir das Spiel! Macht sehr viel Spaß! Bisschen schwieriger als erwartet, aber... Macht Spaß! Jetzt muss ich dann noch Binding of Isaac wieder installieren! Mit Mass Effect! Uh! 34 Octillionen! Da könnte ich doch grad noch was ausgeben! Das war nicht viel! Gut! Wie viele Investoren kriege ich denn jetzt? Das sind noch zu wenig! Gut! Na gut! Dann hätten wir das einmal! Schauen wir nochmal, ob wir ihn hosten können! Und streamt noch irgendjemand von euch? Wahrscheinlich nicht, oder? von Firmen! pad! Man könnte mal hosten! Was ist immer noch da? Hey Schokohexe hostet nichts. Ah ja, stimmt. Immer noch. Game of the development? 404. Aha. So, ich würde ja gar keinen hosten. Oder hosten wir wieder einen Wolf. Der spielt wieder mal Mad Pack. Zum wievielten? Was zur Hölle macht der da? Das war's. 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 Vielen Dank. Na gut. Ich glaub ich küss das ab. Wir sehen nichts mehr los im Chat. So, schöne Gute Nacht. Ähm. Bis morgen dann. Yo, morgen ist ganz normaler Tag, my craftserver, yo, okay, tschüssi.